Naja, was soll ich? Hast du noch genug? Ja, ich hab noch vier Stück, reicht. Ja, ich kann dir sonst auch noch was geben. Na, passt schon. Alles gut. Da müssen die Jutis bei uns zu Hause im Base halt mal ein bisschen mehr Eier legen, ne? Ja, ist richtig. Ich hatte aber noch Eier ausgebrütet, um halt noch ein Weibchen hinzustellen. War natürlich irgendwie, ich glaub, drei oder vier Männchen und ein einziges Weibchen. Aber ist egal, sie sind halt wirklich nur für die Eierproduktion, dass sie halt schon mal ein bisschen was an Kibbel produzieren. Also an Kibbeleiern. Ja. Weil mit dem kannst du halt wirklich alles machen. Das ist halt der Vorteil. Aber du musst halt erst mal genug Produktion anschmeißen. Das ist halt einfach das Problem an der ganzen Geschichte. Was für nicht die Jornis Geschlecht war das weiblich, ne? Ein Weibchen, ja. Okay. Ich guck mal kurz, weil hier ist ja jetzt dann auch noch ich die Jornis Party. Aber die krieg ich bestimmt nicht. Da auf dem Wasser ist auch noch einer. Ja, ein Zehner Männchen. Hier ist ein Weibchen 55. Nee. Also die hier auf dem Meer, die bringen gar nichts. Die sind für ein Popo. Wie lange braucht denn bitte dieser Pelagornis, bis der das erste Mal futtert? Kann auch sein, dass die Fisch wollen. Ich meine, wir hatten damals auch Fisch. Ja, ich glaub, ihr habt uns das sogar in den Kommentaren geschrieben, dass die Fisch brauchen. Ja, dann muss ich mich ja gleich nochmal darum kümmern. Ja, oder gibt's ein Kippel. Ja, stimmt. Kann ich auch gleich machen. Dann ist der auch gleich fertig. Wie gesagt, die meisten Tiere tatsächlich, die von Fisch leben, die wollen auch Fisch haben irgendwie. Ja. Ist ja auch logisch. Ja. Wobei ich es jetzt nicht schlimm finde, weil wie gesagt, du kannst ja theoretisch auch Kippel nehmen. Ansonsten dann und weiß nicht, mit Prime kann man es erst mal testen, wenn man sich halt nicht sicher ist oder so, einfach Prime reinpacken. Jo. Das ist halt ein guter Kompromiss. Oder halt, weiß ich nicht, ganz normales Gemüse für andere Tiere, die auch Pflanzenfresser sind. Einfach um zu testen, wie es funktioniert. Ansonsten halt, wie gesagt, Kippel. Jo, Tyrannoseier für das beste Kippel. Genau. Und gib ihm einfach in den Po. So, ich weiß jetzt gar nicht, wie satt das Kippel macht. So, 80 glaube ich. Ah ja, okay, dann müsste der wirklich gleich fertig sein. Ich bleib mal kurz hier stehen. So. Die Frage ist, ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie das hier damals war. Weil wir haben ja einige angehakte, da haben wir, glaube ich, das Dossier noch nicht gefunden, wenn die grau sind. Grau angehakt. Ich glaube, wenn sie so hell angehakt sind, dann haben wir sie gefunden, das Dossier. Und wir haben sie gezähmt. Mhm. Und ansonsten halt das Gleiche natürlich. Hier nur so ein Dossier fehlt uns zum Beispiel. Und gezähmt haben wir es auch noch nicht. Irgendwo in der Richtung. Würde ich jetzt mal behaupten. Ja, Pädagornis ist fertig. Hallo. Hallo. Mal einpacken. Oh, ach doch. Boah. Also, ich dachte schon, ich habe keinen leeren Pott mehr. Aber meine Tasche ist einfach nur unaufgeräumt. Naja, wie immer. Wobei ich jetzt auch wirklich wie Zeug in der Tasche habe, einfach für die Moshops im Zähm. Aber man weiß ja nie, was sie haben wollen. Gerade wenn es so Tiere sind, die halt einfach so ein ganzes, so eine ganze Palette... Warte. Ich greife mich gerade hier so nicht hier auch anders an. Wenn man gerade so Tiere hat, die so eine ganze Palette an Nahrung haben wollen, einfach so durchwechseln, irgendwie so individuell. Das ist ja auch mal so. Der Karcher ist ja genau das Gleiche. Wenn der irgendwie aufwächst, der ist ja auch ein bisschen wählerisch, sag ich jetzt mal. Mhm. Ach, das war das 55er-Mädchen hier. Ich habe gar keine normale Munition mit. Fällt mir da auf. Ja, Knallsnipe mit dem Trank da ab. Bei einer Wasserfälle ist er eh tot. Ja, das stimmt. Schon brutal irgendwie. Na, ich die. Der braucht aber auch ganz schön lange. Ja, der müsste gleich fordern. Und dann ist er fertig. Na, ich hake auf jeden Fall schon mal den Pelagornis ab. Der ist nämlich am Start. Ja, Pegomastagsweibchen. Da könnte ich mich jetzt ja schon mal auf die Suche machen. Oder halt noch ein Trike-Männchen. Ah, ich finde es halt aber selten am Strand, oder? Na, ich hatte da schon vorhin. Jetzt muss ich überlegen, wo ich da unterwegs war. Also bei uns oben tatsächlich ist viel. Jetzt ist der Ich-Diornis fertig geworden. Ich bin gerade abgehauen, oder was? Ist ja richtig Premium. Glückwunsch. Der folgt dir. Ja. Hallo, kommst du mal her? Hä, wie geil, dass der einfach auch abtaucht. Ja, aber das wäre cool, wenn er herkommen würde und ich über dem Wasser fliegen würde. Hallo. Der taucht ab. Sehr schön. Hey, 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 kommst du mal her? Oh, jetzt ist gleich der andere Ich-Diornis hier. Oh, oh. Mein Gott. Oh, nee. Mein Cook Prime Meat. Hey. Hey, kann ich mal aufhören, hier diese Rotze da zu sammeln? Komm mal her. So. Ich mache den hier mal fertig. Das geht ja so nicht. Ich finde das trotzdem ziemlich frech, muss ich sagen, dass man von den Ich-Diornis sein Zeug nicht wiederkriegt. Also das ist unverschämt. Wer ist denn hier noch so laut? Ist das immer noch deiner? Ja, auf jeden Fall, komm doch mal her. Mein Gott, du sollst mal nicht alles jagen. Boah, ist der laut. Die Frage ist, wie kann man denn, kann man das hier mit Rüssel irgendwo reinstellen? Na bestimmt, auf passiv, oder? Naja, das Problem ist. Was macht der hier? Der soll ja. Der steht auf Hand oder so. Da stand gerade Hand. Okay, ich nehme ihn einfach mit. Oh Gott, warte mal, das muss ich mir mal kurz angucken. Also jetzt hast du, ach nee, du hast den Compi eingepackt. Ja, der steht hinter dir. Hinter mir? Ich seh den gar nicht. Das ist schön, ich seh nur meinen Compi. Hinter dir. Nee, ich seh den nicht. Du siehst den bei mir. Den dreh dich doch mal rum. Wie kannst du den nicht sehen? Ach da. Hier. Ach, ich hab mein Interface auch ausgeblendet. Deswegen hab ich das nicht gesehen. Und dann, wenn ich sag hinter dir, dann interessiert er so drei Mal im Kreis. Hinter mir ist gar nix. Nee, da war auch nix. Der war unauffällig. Okay. Übrigens hier, guck mal. Komm mal her. Wo ist denn, wo ist denn, komm mal her. Ja, warte. Komm mal her, mach mal dein Interface weg. Und jetzt, guck mal, geradeaus. Siehst du, wer sich da tarnt? Am Baum. Ja? Ja. Schon unauffällig, oder? Total. Also ich muss sagen, Petrunia sieht man gar nicht. Ja, ja. Hey, wirklich jetzt? Ja, natürlich. Also Petrunia ist ziemlich unsichtbar. Ja, total. Nicht? Naja. Mensch, du warst ja voll erfolgreich hier. Bisher schon. Fehlen aber, wie gesagt, noch ein paar. Also jetzt ein Ich-Diornes-Männchen. Ja. Mach ich mal schon mal eine Notiz. Also uns fehlen jetzt drei Tiere. Und was denn noch? Na, immer noch. Pegomastax-Weibchen, Ich-Diornes-Männchen und ein Trike-Männchen. Ja, wobei ich glaub, Trike oder so findest du wahrscheinlich auch. Also schon am Strand, klar. Aber halt auch irgendwo im Landesinnahmen. Ah ne, das ist Pegomastax, oder? Du bist Level 10. Äh, Pegomastax. P-Lagornes. Fängt auch mit P an. Hier ist noch ein Ich-Di. Ja, ist Level 10. Ach so. Da brauchen wir einen Trike. Level 130, Männchen. Uh, na, das ist das Ziel. Warte. Ich leg los. Also du musst den ja dann zähmen. Naja, du musst einfach nur in der Nähe stehen bleiben. Naja. Gegen was kämpft denn der da? Naja, die los, wie immer. Ach so. Der nervige Kleinkram, der da ist. Trike, hallo. Du musst von der Seite schießen. Naja. Wenn es zu mir kommt, kannst du, kannst du nicht austoben. Mach ich. Ich glaube, so viel braucht der ja nicht. Naja, rannt schon weg. Ja. Hervorragend. Dann gib es Kibbel. Ich habe jetzt mal drei reingepackt. Gucken dann gleich mal, wie viel wir wirklich brauchen. Das geht bei dem normalerweise auch recht schnell. Der andere hat auch nicht lange gebraucht. Haben die schon immer so geschnarcht? Ja, weiß nicht. Vielleicht das Schnupfen oder so. Möglich. Mann, ich denke jedes Mal bei dem Frosch, den du da im Schlepptau hast, da ist irgendein, weiß ich nicht, ein Tierchen oder so. Ja, lass da mal einen Frosch. Wo habe ich eigentlich mein Tier angepackt, sag mal. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nicht, wo das gelandet ist. Bestimmt in der Kiste mit den Chibis. Hast du das nicht letztes Mal rausgepackt, weil du irgendwo hingegangen bist, um dich zu opfern? Ja, aber ich dachte, ich hätte das eigentlich alles eingepackt. Ja, musst du irgendwann wieder mal suchen gehen. Ja, vielleicht habe ich ihn verbummelt. Keine Ahnung. Schön, Chibi. Ich behalte mein Fröschchen hier die ganze Zeit in der Tasche. Boah, da weißt du was? Was denn? Das war ja so ein Hyäne-Dier-Chibi, um den man das Windermonder dann deaktiviert. Naja, aber die Chibis bleiben doch. Theoretisch, aber ich weiß nicht, ob das gepatcht wurde. Also es soll ja irgendwann gepatcht werden, aber ich habe dazu halt nichts gefunden. Nee, aber das hätte bleiben müssen. Ganz ehrlich, die Chibis verschwinden da nicht. Nee, aber das ist ein Special-Chibi. Nur von dem Event. Die anderen halt nicht. Boah, das wäre aber unter aller Kanone. Also wir müssen auch mal suchen, ganz ehrlich. Ich glaube irgendwie nicht, dass der verschwunden ist. Aber sag die meisten. Ja, aber ich habe ja vorhin alles aus dem Archie rausgenommen. Und da bin ich der Meinung, dass es halt auch ein, dass Chibi mit dabei war. Oder hätte dabei sein müssen, sagen wir mal so. Aber ich habe keine Ahnung. Dann müsste ja auch das Rentier weg sein. Wir hatten ja kein Rentier. Hatten wir nicht so ein... Ach, das war auch wieder Community-Server. Meine Güte. Naja, das war nur der Skin, ne? Also... Also ich meine jetzt vom Chibi, ne? Ach so. Zuläuft, Chibi. Ja, weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken, wenn der Base sind. Hm. So, Twikey liegt auf jeden Fall. Und hat schon einmal gefressen übrigens. Mhm. Und dann müssen wir mal gucken. Ist hier ein Explorer Note bestimmt hier vorne? Guck mal, ich ping gerade. Sieht doch schon so verdächtig aus. Ja, wenn da eine Ruine oder irgendwas ist, dann schon, ja. Ja, ja. Den nehme ich mir gleich mal mit. Bei Explorer Notes kann man ja auch jederzeit mal mitnehmen. Selbstverständlich, ja. Wenn man alle gefunden hat, gibt es zehn Level extra als Bonus. Ja. Und wenn man auf einem Tier sitzt, ne? Das ist ja immer das Ding. Das sollte man ja machen. Damit das Tier richtig was von hat. Ich sehe aber übrigens gerade nicht den Behälter. Wo ist denn der? Der kann ja auch irgendwo drin sein. Also. Hm. Das ist ja wie Ostern. Nein, wie gesagt. Der kann ja auch drin sein. Jetzt geht es ja, glaube ich, rein so ein Stück. Na, aber. Hallo, Explorer Note? Ich meine, vielleicht ist hier auch keiner. Das weiß ich nicht. Das wäre aber krass. Das ist ja so eine auffällige Ruine. Aber normal ist es halt immer wirklich. Bei den Ruinen hast du irgendwas. Ja, warte mal. Hier kann man, glaube ich, durchschlüpfen. Na, ich war gerade schon drin. Habe nichts gesehen. Ach so. Wahrscheinlich schon zehnmal dran vorbeigerannt. Und man hat es einfach nicht gesehen. Naja, das würden sich aufmerksame Zuschauer dann wieder schreiben. Oh, da habt ihr den Explorer Note übersehen. Aber es ist witzig, dass ich mit dem Petri hier reinpasse. Das finde ich ja ganz gut. Ja, aber ich sehe ja nichts. Nee, ist wirklich nichts. Boah, das wäre aber nicht okay. Da quetscht man sich ja rein, ja. Das ist voll so eine Trollruine, weißt du? Oder eine Etage höher. Warte mal. Hier vorne gehe ich auf jeden Fall eine Treppe hoch. Ja. Ich laufe da jetzt ohne Tier hoch. Das ist mir egal. Na, ich glaube, hier oben drauf ist irgendwas. Ah ja, hier. Hast du? Ah, guck mal, so eine Vierfache-Explorer-Not. Oh, na dann vielleicht doch mit hier. Aber eigentlich ist doch egal, oder? Ja, ich meine, wir killen eh gerade nichts. Ja, ich bin auch gerade schön mit meinem Petri ins Wasser. Uiuiui. Komm her. Ich komme mal kurz hoch. Kriegt man das überhaupt von hier? Na doch. Warte mal. Ja, ich bin gerade ... Warte mal. Ach man, Petrunia. Du machst dich ganz schön breit. Angekritisch bin ich nicht. Jetzt hier, da. Wo? Der Trike ist übrigens fertig. Ach, schade. Oh, nee. Kannst du noch mal kurz ... Ach, ganz oben, ne? Du siehst es doch. Das kann man nicht übersehen. Habe ich entdeckt? Oh ja. Die Super-Special-Explorer-Note. Cool. Na toll. Habe ich den Trike wieder verpasst. Ach. Hm. Das ist ja schade. Wirst man eigentlich in der Nähe sein, wenn man das zähmt, das Tierchen schon, oder? Also mir hast du das mal so erklärt, dass man das machen muss. Ich meine, dass es halt für gezähmt zählt. Ja, ich denke schon. Ja, ansonsten steht aber der Name da. Blablabla hat ein Dings gezähmt. Oder dein Trike hat was auch mal gezähmt. Hm. Ja, ich glaube ... Nee, das hat sich nicht angezeigt. Schade. Dann müssen wir irgendwann für dich noch mal einen Trike zähmen. Ah ja. Ja, das ist ja ... Gut, aber dann ist der Trike auch fertig. Wird abgehakt. Zwei Tierchen noch. Pegomastax-Weibchen. Ich die Jornes-Männchen. Hm. Um es mal zu wiederholen. Also Pegomastax, glaube ich, eher bei uns in der Richtung ... Da können wir ja hin. Ist ja gar kein Problem. Wenn wir dann ein bisschen zurückgehen. Wir hatten ja schon einige vor der Hütte. Und ein Ich-Jornes sehen wir da auch vielleicht. Kann ich auch gleich mal nach dem Chibi gucken. Ja, das stimmt. Lässt mir grad keine Uhr. Ja. Na komm, dann fliegen wir mal zurück. Ey, das wäre mega ärgerlich. Der war schon gelevelt. Der Kleine auf Level 3. Das wäre wirklich krass. Der Kleine Bob. Also ich glaub's gar nicht. Wirklich, ich glaub das nicht, dass das verschwunden ist. Aber sag niemals nie. Erst mal ab nach Hause. Naja, die Frage ist halt, wie gesagt, das war ja durch eine Mod jetzt bei Asa. Das war ja früher halt wirklich so normal als Event aktiv. Und jetzt ist halt eine Mod. Und wenn man die Mod runterschmeißt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass bestimmte Dinge verschwinden. Die wollten das ja irgendwann hinzufügen im Spiel. Ich weiß noch nicht, ob der Patch schon durch ist. Ich meine ja, aber ... Sie haben gesagt, im Januar. Ja, aber ich hab jetzt nicht gefunden, ob der da noch wirklich auch durch ist. Du, wenn sie gesagt haben, der kommt im Januar. Heißt ja nicht, dass er im Januar da gewesen ist, der Patch. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Ja. Ah, vielleicht weiß es ja einer von euch. Und kannst du mal kurz in die Infos schreiben oder so. Ja, das wäre auf jeden Fall ganz interessant. Vielleicht eine Versionsnummer oder so, eine Patchnummer, wo man mal nachgucken kann. Ja, ich hatte vorhin halt geguckt. Da stand irgendwie da ja Version 33, 33 oder so. Aber da stand halt nichts drin irgendwie in der Richtung. Außer, dass halt irgendwie Winter Wonderland aktiv ist. Aber das war's ja noch schon. Ansonsten hab ich halt nix gefunden. Hm. Wir werden's auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise rausfinden. Ja, ich sag mal so, wenn das jetzt tatsächlich noch nicht gepatcht wurde, dann ist es eh zu spät, weil das Event ist ja schon deaktiviert. Genau. Dann ist leider der kleine Chibi weg. Ja, und das nächste Event kommt ja schon in sechs Tagen. Am 13. glaube ich, oder? Am 12. Ich glaub sogar am 12. Das Valentins-Event. Und hier ist ein 115er Quetzi. Der sieht ganz süß aus. Beim roten Obelisken. Ja. Ja, genau. Ja, aber 115 ist zu niedrig. Naja, wär schon cool. Wir haben ja bisher nur so Level ... Was hatten wir? Level 25 oder was er hatte? Base-Level. Hatte der so ein niedriges Level? Der war ultra ... Ja, gut, wir haben ... Ja. Der hat jetzt Level 50 oder so vielleicht. Keine Ahnung. Ja, dann wär das auf jeden Fall eine Verbesserung. Ist halt schon ein bisschen her. Alles ist besser. Alles ist besser. Oh, warte mal. Hier ist, glaub ich, wieder was echt Jorniges. Nee, was dat denn? Wer bist du? Wo bist du? Ah, die Morphodon. Hey, Herr Pegomastax hat hier meinen Heid geklaut. Ja, legen oben. Das ist ja genau das. Level 20. Aber ... Ach nee, wir brauchen ein Männchen. Nee, Quatsch. Wir brauchen ein Weibchen. Oh, wo ist denn der jetzt hin? Nee. Nee, Kumpel, lassen wir. Finde ich nicht okay. Na, beklauen lassen muss man sich nicht. Also, ne? Da geht's immer auf die Füße. 135 Heid hat er mir gerade mal stibitzt, ne? Ist schon frech. Was hätten der damit gemacht, sag mal? Na, weiß nicht. Keine Ahnung. Ja, aber hier, die Morphodons brauchen wir auch noch irgendwann. Aber die stehen jetzt heute nicht auf dem Plan. Hm. Was ist hier los? Raptor? Bin gleich mal in der Base und ich guck mal nach, ob da irgendwie was zu finden ist. Aber wie sag ich mal, wenn, dann wäre es jetzt eh zu spät. Aber einfach mal rein Interessen halber. Naja, geh mal so. Ich hatte eigentlich mein ganzes Zeug in den Archie gelegt. Ja, aber ansonsten auch wirklich noch mal in der Chibi-Kiste gucken. Ja, vielleicht liegt er im Schrank irgendwo. Weil ich mir dachte, okay, ja, bevor man den irgendwie verliert oder so. Ja, manchmal packt man die Sachen raus. Also, die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt. Oder was auch sein kann, dadurch, dass das jetzt halt ein extra Tab ist, vergesse ich halt immer, das rauszupacken, wenn man sein ganzes Inventar entleert sozusagen. Ja. Dass ich mal irgendwo den vergessen habe. Das könnte durchaus auch sein. Das will ich gar nicht abstreiten. Ist nie los. Ja, der steht doch jetzt auch wirklich, genau, Oh, der steht doch im Extra-Tab. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Ja, ja. Naja, nee, das war jetzt nur das, äh, das Gelernte oder Gehörte wiederholen. Ja, und was hilft mir die Information jetzt? Nee, die hilft mir persönlich. Also gar nichts. Mhm. So. Der hat schon mal nix hier. Ja, mal gucken. Ja. Ich bin gerade überlegen, hatten wir denn... Was denn? Hm. Pachi. Äh. Ist der Raptor Klaus? Hatten wir den nicht so... Ja, dieser Chibi, ich glaube irgendwas mit Raptor halt schon. Also ich bin mir halt nicht hundertprozentig sicher, weil wir hatten, also ob wir jetzt hier auf dem Server halt irgendwie so einen Raptor Klaus hatten, ich meine schon, oder? Ich habe den ja nochmal gezeigt. Ich bin auch der Meinung. Ja, und das Problem ist, wir haben keinen Raptor Klaus-Chibi und keinen Hygiene-Dial-Chibi. Hm. Okay. Dann sind die doch weg, ey. Äh, Ovis ist hier drin. Ja, das wär ziemlich ungeil. Also Ovis ist drin? Ja, ja. Den hatte ich auch noch reingepackt, aber wie gesagt... Die Weihnachtsspecials sind nicht da. Ob da was drin ist. In irgendeinem Schrank. Also ganz ehrlich, das wäre aber schon heftig, wenn das jetzt tatsächlich nicht im normalen Spiel drin ist, diese Items. Naja, wie gesagt, ich wüsste halt nicht, wo er sonst sein soll, ne? Ja. Ich hatte ja eigentlich nur im Archie das Zeug drin. Ja. Das Farbe... Oh ne, nix hier. Super. Oder auch nicht. Ja, ich würde mal behaupten, dann sind sie weg, ne? Das ist ja enttäuschend. Und... Beschwerde ist raus. Ja, wie gesagt, schreibt uns gerne mal in die Kommentare, ob ihr da irgendwie eine Information habt, weil, wie gesagt, die anderen Skins sind halt noch da, die wir gebaut hatten, so für ein... Äh, das Reindeer-Kostüm oder Santa Claus oder Sonstiges. Aber wie gesagt, die Chibis sind irgendwie weg, keine Ahnung. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, wo die sonst sein sollen. Die haben ja nicht so viele Möglichkeiten hier in der Hütte. Da gibt's ja nur eine beschränkte Auswahl an Schränken. So, aber eine gute Nachricht. Ich hab hier ein 140er Ich-Diornis-Männchen. Sehr schön. Also, noch hab ich nicht. Ich muss ihn kurz bohlen. Wo ist er? Komm her, warte. Hier? Auch bei dir. Äh, komm her, Mann. Jetzt ist der gerade wieder auf dem anderen Weg. Jetzt hat er sich einen Fisch geklaut. Musst du mal herkommen. Der ist gerade vorgeflogen. Ich weiß nicht, ob der mich einfach mitgekriegt hat hier. Er hat gehört, wie ich mit der Bohler geklappert habe. Komm. 140. Der müsste doch ein bisschen was aushalten. Das Problem ist, wenn du ihn da umlegst. Nee, ich will ihn ja nicht da umlegen. Komm ran. Oh, oh. Warte mal. Komm. Der muss ja nur hier an der... Ach, Mann. Hier an der Kante. Oh. Hat er dir was gemobst? Ja, mach schon. Jetzt. Ah. Mann, leg ihn da einfach um. Nein, komm. Oh, was ist das denn? Wow, wie kann man so nicht treffen? Oh Gott. Da ging die Bohler nicht raus. Hä? Wo ist er denn hin? Ach, der ist noch oben. Na gut. Du machst schon. Der müsste gleich runterfallen. Ja, der fehlt. Das liegt ja da oben, oder was? Och, nee. Was ist das denn? Och, bitte. Ich sag dazu mal nix, ne? Ich liebe Ark. Ach, Mann. Das ist doch kacke. Ich geh mal einen Quetzi holen. Na, dich hol ich schon. Na, ich kann doch auch. Nee, mach schon. Na gut. Oh, ey. Also wirklich... Ah, nee, er ist runtergefallen. Er ist runtergefallen. Sehr schön. Okay, man muss vielleicht nur einfach in die Nähe fliegen. Aber das ist ja wieder typisch hier. Ja, das... Ja, hervorragend. So, Prime hat sie vorhin reingeworfen, ne? Oder machen wir hier Kibbel? Nee, Kibbel. Kibbel. Er braucht drei Kibbel. Okay, sind drin. Das ist gute Kibbel für so ein Drecksvieh, weißt du? Ja. Aber immerhin 140. Hm. Dann, letzter Auftrag. Pekomas Dachs Weibchen. Das lässt sich sicherlich ja auch noch finden. Hm. Ich weiß nicht. Ich eier mal durch die Gegend. Ja, komm. Das finden wir schon noch. Also hier sehe ich erstmal nix. Aber das ist jetzt auch nicht Ultra-Priorität, weil hier vorne ist wieder nur ein anderes garstiges Viehzeug. 1.000 Archies. Irgendwie. Hyänen. Also letztens waren die wirklich direkt vor der Hütte. Hyänen? Oh Gott, ein T-Rex. Oh mein Gott. Du bist ein 130er-Rex-Männchen. Oh, brauchen wir auch noch. Ja. Guck mal da. Hm. Oh. Den kann man ja vielleicht spontan einsammeln. Hm, ganz spontan. Na, ja. Na, ich hab grad nur so eine Hyänen hier lang flitzen sehen. Und guck so ein bisschen nach links und auf einmal hat man da dann so ein Rexi. Bist du in der Nähe? Ach, du bist schon da unten. Ich schieß mal mit rauf. Hm. Wenn ich so weit wegrennen würde. Oh, oh. Bleib hier, Freundchen. Aber flieht der schon? Nee, nee. Der ist einfach on Tour. Ich muss ja sagen, dass dieses hintereinander wegzähmen ganz cool ist, wenn man da noch so andere Tierchen findet. Und man hat tatsächlich ein Gefühl, als ob man mal ein bisschen vorankommt. Ja, wobei ich sagen muss, also, weiß ich nicht, so eine Tiere, die man halt eigentlich nicht nutzt, zählt man ja sonst nicht. Ja, also es ist nicht so, dass man jetzt denkt so, boah geil, ich hab jetzt hier total die Pro-Tiere. Aber überhaupt, man kann halt mal was abhaken und das ist das Schöne. Einfach die To-Do-Liste abhaken. Die waren das halt auch nur für das Achievement, ne? Ja, ja. Guck mal, hier vorne schwimmt ein Esperonis. Ja, ich hab gesehen, ich weiß noch nicht, wie ich denk, oh Gott. Ich muss weg, 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 weg. Oh, oh. Hab ich denn eigentlich Petrunia geparkt? Weiß nicht, aber ich meine der... Ach, da hinten, okay. Aim des Todes. Ich treff halt hier wieder gar nichts, ne? Ey, der bist du aber... Oh, gut. Okay. Wollte ich sagen, bei unserem Glück fällt der jetzt mit dem Kopf ins Wasser, ne? Hm, ein Tauchrex. Der kriegt ja so eine Taucherglocke auf. Äh, den nicht Jorn ist vorne, musst du noch, ne? Ja. Ja. Also, dass du halt auch den Eintrag kriegst. Ach so, boah, richtig gute Idee. Ich meine, der hat noch nichts gegessen. Nee, nee, also er muss eh ein bisschen futtern. Ja, das wäre natürlich sonst bitter, wenn ich den Eintrag nicht kriege. So, ich hoffe, der ertrinkt nicht hier. Nö, dem geht's gut. Sieht gut aus. No Prime. Habe ich noch Prime-Meat irgendwo? Ich meine, theoretisch könnte man auch den Kibbel nehmen, aber ganz ehrlich. Wenn du zu mir kommst, ich hab noch 37 Prime. Nee, ich hab ihn ja noch. Ja, das ist mir halt bei dem auch völlig Wurst, weil, wie gesagt, der hat auch keinen Max-Level und selbst mit Prime-Meats und Max-Level sind die immer noch gut dabei. Du brauchst jetzt nicht zwangsläufig Kibbel für so einen Rex-Bahn, so einen Zehnraten. Naja. So, da vorne ist ein Hesperonis. Ja, Hesperonis wäre halt schon ganz geil, ne? Da, Level 55. Da, die Frage, gibt's hier Fisch? Hier gibt's auch, oh, hier gibt's auch recht viel Fisch. Kann man denn so eine Hyäne bohlen? Äh, nee, glaube nicht. Und du musst halt auch erst, glaube ich, die anderen Tiere wegentsorgen, dass du dann das Rudeltierchen hast, also den Rudelführer. Also, hier ist nur eine einzelne 140er. Die ist ganz alleine. Hey, hey, Fischi. Äh, äh, Hesperonis. Kurz was testen. Hey, 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 komm mal her, hier. Mann, nicht wegschwimmen. Bleib doch mal hier. Okay, ich hab grad irgendwie Silica-Pearls eingesammelt, ich weiß nicht warum. Okay. Na, Mann. Oh, mein Gott. Was denn? 1,4 Prozent. Oh. Okay. Also, ich bin mir grad nicht sicher, bei dieser Hyäne, die rennt jetzt weg. Aber hier war halt kein anderes Tier davon. 1,4 Prozent ist doch ein Witz, ey. Hm. Ja, das Problem sind halt ultra kleine Fische hier. Ja. Da brauchst du halt wirklich die Sabertooth Simons, ne? Wäre auf jeden Fall ziemlich cool. Ich probiere mal nochmal einen Fisch, aber... Ja. Also, wenn ich hier nur so ein Prozent kriege pro Fisch, kannst du ja vergessen, und wieder schießen ja gar nicht. Nee, also das macht dann keinen Spaß. Ja, weil ja auch die Effizienz halt richtig in den Keller geht. Ich hab meine Hyäne verloren. Mann. Ey, komm mal her, Freundchen. Weil der ist halt nur Level 55, ne? Ah so? Ne, ich war grad... Ich dachte, der will den Fisch haben. Bleib doch mal hier, wie soll ich denn herkommen? Mein Gott. Boah, der killt halt auch alles weg, ne? Geh doch mal an Land. Mario hat Spaß. Mhm, total. Mein Gott, hab ich hin. Boah, die haben halt auch so eine beschissene Hitbox. Ich glaub, ich hab den Fisch grad fallen lassen, der hat den gefressen. Hm. Äh, nee. Nee, nee, du. Das machen wir mal hier nicht. Hesperonus, keine gute Idee. Naja, nicht mit, nicht mit den normalen Fischis hier. Nee, 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 nee. Da brauchen wir wirklich mal ein bisschen was Besseres. Ich guck mal hier drüben im Wasser, ob da irgendwas Sinnvolles im Wasser rumschwimmt. Ah, Piranhas, helfen die? Kann sein, dass die ein bisschen mehr bringen. Ja. Aber nicht viel, glaube ich. Ja, aber weil die halt ein bisschen garstiger sind, kann das schon einen Unterschied machen. Na, vor allem, das Blöde ist halt wirklich diese doofe Hitbox bei denen. Kann man nicht irgendwie so einen Moser vor die Füße werfen? Vielleicht ein Damat. Oh, geil. Einfach schön so mit dem Lasso. Das wär halt schon ganz geil. Na, Mann, Egon, wie soll ich den... Hab ich den jetzt gefüllt? Ja, hab ich. Aber der hat... Mann, halt doch mal an. Wie soll ich denn... Na, der ist halt flott. Alter, 3,1% pro Fisch. Egal welcher Fisch jetzt. Oder 1,5. Boah. Also ich sag mal so, wenn man halt einen vollen Teich hat, geht das ja. Der ist ja relativ schnell, oder? Ja, aber so viele Fische findst du ja einfach nicht. Ja. Ja, die blöde Stelle. Hm. Ich mein, ja, die Fischgröße spielt halt auch eine Rolle. Ja. Hey, 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 geh mal eck, du blöder Piranha. Ja. Je größer die Fische, umso mehr Fortschritt gehen die natürlich. Und logischerweise halt natürlich die Sepertus sei man halt, glaube ich, mit am besten. Mhm. Vielleicht gibt's auch eine andere Möglichkeit, aber ich bin halt der Meinung, ich muss wirklich mit diesen Sepertus-Viechern da irgendwie hantieren. Ja, dann müssen wir uns da mal eine Stelle suchen, weil wenn da jetzt nix drin ist. Ah, der Ich-Di ist fertig. Da ist ein Baby-Raptor. Da ist ja Mama bestimmt auch nicht weit. Hey, komm mal her, hier, Freundchen. Ey, weißt du, was man machen könnte? Der Ich-Di? Der Ich-Di, der holt doch die Fische aus dem Wasser. Könnte man nicht so ein Ich-Di dann nehmen? Aber frisst der die jedes Mal selber direkt auf. Das Problem ist, der frisst, glaube ich, die Fische. Also du kriegst ja im Prinzip nur so das Zeug, was der liefert. Also Fischfleisch, bin ich der Meinung. Oder auch Perlen, wenn er, ich weiß nicht, ob der Trilobiten fordert oder so ein Kram. Ja. Okay. So, gut, jetzt habe ich den. Wo ist jetzt mein Kompi hin? Kompi? Habe ich mein Kompi verbummelt, sag mal? Ja, der steht. Also in der Base steht ein Kompi, oder? Nee, ich hatte den ja eigentlich meiner Meinung nach die ganze Zeit auf der Schulter. Ja, also von mir aus in drei Kilometer entfernt steht ein Kompi. Okay, dann habe ich den irgendwo stehen lassen. Das ist ja klasse. Ich packe erstmal den Hesperornis ein. Wo der ist? Äh, Hesperornis sei schon. Ich die Hornis meine wieder. Pure Verwirrung. Das ist ja doch so wählerisch so mit dem Essen, ne? Ja, muss ich mal kurz meinen Kompi holen, du. Der steht nämlich nicht in der Base, der steht einfach ganz woanders. Ja, am Strand. Ja. Schön, dass er noch lebt. Wann habe ich den denn abgesetzt und warum? Verrückt. Boah, zwei Kilometer hab ich hier. Ich bin im Überlegen. Warte mal kurz. Ich glaube, ich packe mal Tapir ein, weil es mir immer nichts, wenn man die am Strand rumstehen lässt. Ja, ja. Gerade in der Gegend, wo er so garstige Zwiezeiche rumeiert. Das willst du ja auch nicht unbedingt. Oh, neun Prozent hat der. Das dauert ewig, ey. Ich meine, es geht voran. Aber neun Prozent ist halt nix, ne? Ich meine, ich kann dir helfen, ne? Dann geht's vielleicht wirklich ein bisschen schneller. Hol das meinen Kompi ab. Ja, ich hol mein Kompi ab. Da ist noch einer im Wasser. Noch ein Hesperonis? Doch, noch ein Hesperonis? Ich komm immer durcheinander jetzt mit Hesperonis und Ichthiornis. Das ist richtig schrecklich. Und Pelagornis. Und überhaupt. Ja, auch der noch. Oh, hier ist ein Pegomastax. Oh, Moment. Oh, Moment. Kompi, du musst zur Not warten. Was bist du für ein ... Ach man, ich seh dich nicht. Ein Mail Pegomastax. Den brauchen wir nicht. Auch wenn er Level 140 ist. Das wäre jetzt auch zu schön gewesen. Gott, ich seh halt nix. Mhm. Wie soll ich den denn bitte füttern? Ich seh halt nix. Oh mein Gott. Also das ist halt echt blöd gemacht. Ja. Hallo? Ich krieg aber irgendeine Hitbox. Oh mein Gott. Vor allem, der greift dich doch an, oder? Nee. Oh, wie soll ich den denn füttern hier? Ey, das ist ja richtig ... Okay. Einfach im Kreis rum rumrennen und hoffen, dass der Kadaver vom Piranäa irgendwie verschwindet. Ah. Das ist ... Naja. Okay. Hat er gegessen? Ja. Aber schön ist es nicht. Nee, schön ist anders. Ey, Kompi, komm mal wieder mit. Entschuldigung, dass ich dich hab stehen lassen. Fühl ich mich ja schon ein bisschen schlecht jetzt. So, ich komm zu dir. Oh, du hast aber jetzt schon die Hälfte vom Hesperornes. Was, die Hälfte? Ja, bei mir wird die Hälfte angezeigt. Nee, ist der T-Rex, der daneben liegt. Ah. Das dachte ich auch gerade. Oh, ja jetzt. Als ich vor dem Guck da habe. Da ist so ... Oh, nee, das ist ja unangenehm jetzt schon wieder. Ja, das ist richtig schade. Das ist ja blöd jetzt. Warum gibt's denn hier auch keine Selber-to-Selber, ey? Das ist doch richtig blöd. Das ist halt der Kackstille. Ja, das ist halt wirklich blöd. Ist halt die Frage, ob du den da durchziehen willst. Keine Ahnung. Ich meine, der Rechse ist eh noch nicht fertig. Ja, das stimmt. Da ist was dran. Ja, ich komm erst mal zurück. Oh, was hier? Nix. Ich muss aber sagen, es gibt so zehn Methoden, die machen halt keinen Spaß. Also gut ist es halt mal was anderes, als einfach nur umballern und Möhrenpo oder so. Oder ein bisschen Kippel. Aber, dass es halt so schlecht vorangeht. Ja, ist schon ziemlich belastend. 13,8 zu ... Hat das jetzt schon auch getickt? Ich hab's grad gar nicht gesehen. Oder war das wirklich tatsächlich nur 13 gemacht? Das wär echt schade. Ich meine, wo sind denn diese Selber-to-Simons? In Flüssen. Ja gut, so ein Lachse, klar. So ein Lachs ist ja auch im Fluss und nicht im Meer. Weil wir haben doch dann bestimmt irgendwo eine Stelle in der Nähe, oder nicht? Bei uns direkt? Kann da mal ein Lachs drin sein? Bei uns im Fluss? Also ein bisschen höher, ja, ja. Keine Ahnung. Aber die kriegst du dann niemals hierher. Na, weiß ich jetzt nicht. Nee, du musst sie ja tragen. Wie willst du die denn herkriegen? Einfach ablegen auf dem Quetzi, auf der Plattform. Nee, das fällt runter. Hm. Ja, das ist natürlich dann blöd, weil das ist ja wirklich zu weit weg. Also ich geh trotzdem mal gucken. Aber die Strecke ist wirklich zu weit. Nee, also zu Fußbruster nicht laufen. Kannst du gleich vergessen. Das bringt gar nichts. Und wenn dich irgendwas angreift unterwegs und dich beißt, dann ist der Fisch gleich mit weg. Na, vor allen Dingen geht's ja auch nicht, sagen wir mal, man würde jetzt Tapea nehmen und man fliegt zu zweit. Wenn ich dann halt einen Fisch in der Hand hätte, das würde nicht gehen. Na, wie gesagt, man kann ja hier so ein bisschen von diesen anderen Viechern dann nehmen. Von diesen Colts. Na, vor allem, du läufst halt mit diesem Fisch halt auch ultra langsam. So, ich bin gleich bei dir. Einmal durchs Gehölz. Ja, seht ihr, das sind die Schattenseiten von Ark. Wenn man an einer Stelle zähmt, wo man nicht das bekommt, was man eigentlich braucht. Ja, wobei ich sagen muss, dass ich auch mit unseren Zähmeinstellungen geht's ja nur ultra langsam, ne? Ja, klar. Stell dir vor, das ist ein 150er auf offiziellen Servern oder so und nimmst halt keine Server-Tool. Wobei es halt schon blöd ist, das halt nicht zu machen. Also, wie gesagt, da hab ich ja das Problem, dadurch, dass der ganze Zeit an Land rumspringt, äh, will der natürlich auch, also kriegt man die Hitbox immer nicht. Da muss man dann rumrennen und dann immer E drücken. Ich hab übrigens grad ein Hesperones-Ei gefunden. Aber leider kein goldenes. Das wäre noch schöner gewesen. Ah, das ist halt auch so eine beschissene Hitbox, Alter. Einfach im Kreisrennen bis E, also bis es da steht, dass man den füttern kann. Ja. Und dann hoffen, dass man rechtzeitig drückt, ohne dass man den Fisch ablegt. Denn wenn du den Fisch ablegst und der den frisst, greift er dich danach an. Oder beziehungsweise, wenn er ihn fressen will und du hebst ihn auf, greift er dich danach an. Mein Gott. Ich komm mal mit, ich bring jetzt auch noch einen Fisch vorbei. Okay, also ein Piranha bringen, drei Prozent oder so, oder vier Prozent. Na, das sollte man mal auf Piranhas gehen. Uff, okay, nee, Spaß macht das aber trotzdem nicht. Nee, Spaß macht das auf keinen Fall. Aber kann der sofort wieder fressen? Das weiß ich nicht, musst du gucken. Hey, kleiner Hesperonis. Ich denke, er war ja mit Fisch in der Luft oder so, glaube ich. Also einfach fallen lassen, hast du gesagt? Nee, du musst ihn angucken und E drücken, wenn da steht Feed Fisch oder so. Nicht davor. Der bockt. Aua, blöden Kackpielen erst. Kumpel, guck mal, ich hab Fisch für dich. Ei, ei, ei. Der ignoriert mich. Der ist ganz schön arrogant. Ja. Ist der der Fisch zu doof, oder was? Na, wie gesagt, kann nur sein, dass du einfach mal drum herumrennen musst, bis das auftaucht. Weil wenn du einen Fisch direkt zwischen dir und ihm hast, dann hast du eine Hybrid-Hate-Box vom Fisch. Ich hab ihn auf jeden Fall gerade gefüttert und gefühlt hat das gar nichts gebracht. Ach doch, jetzt auch 1, keine Ahnung. 1,1 Prozent. Ja, das war halt ein Standard-Fisch. Ja, da hinten liegt noch ein Piranha irgendwo, oder? Ja, ich hab auch mitgekriegt, dass mich ein Piranha vorhin gebissen hat. Ja, da liegt auf jeden Fall einer. Kannst du noch mal pingen? Nee, ich kann grad nicht, weil ich da nur den Fisch pinge. Ach so, ja, warte, warte, ich gucke. Fischi. Okay, der hat noch keinen Hunger. Okay, das ist richtig blöd. Einfach da hinten weiter. Mal weiter. Ja, links. Liegt der an Land oder was? Klar aus. Einfach da in der anderen Bucht. Okay. In Richtung Eis, da liegt noch ein Piranha. Ein eisgekühlter Piranha. Mal gucken. Ach ja. Mein Gott. Ach, der hängt in der Luft. Das ist ja schön. Komm her. Die Sitbox. Kann man hier irgendwas machen, um die Sitbox anders zu machen? Hm. Okay, hinhocken ist keine Option. Vielleicht außer ... So, bin auf dem Weg. Mein Gott, wie soll man den denn bitte füdern? Also, da kannst du in der Zeit ja wirklich so zehn Rechse zähmen, dass du so ein Hesporonis fertig hast. Na, vor allem, versuch mal, den Piranha in den Kopf zu werfen, wenn der an Land ist. Es geht normalerweise, schwimmst du von unten ran und füllerst ihn dann mit dem Fisch. Aber das kannst du hier vergessen. Machen wir jetzt den Piranha-Tanz? Guck mal, ich komm auch gerade. Ey, es ist bald Fasching. Okay. Ich hab's erwischt, jetzt muss ich kurz warten. Es ist Fasching. Ich laufe als Piranha. Ja, aber ... Also ... Ja, ja. Das ist nicht geil. Nee, ich glaub, das lassen wir. Das darf ich dann auch. Ja, also dann kriegt der jetzt ... Ich will den hier kurz verfüttern, aber ja, das lassen wir. Und dann machen wir einfach den Rex fertig. Und dann kümmern wir uns einfach um Hesporonis ein anderes Mal. Ist ja auch gar kein Problem. Ja, vor allem an einer anderen Stelle. Auf jeden Fall. Nicht hier. Einfach dort, wo man wirklich die Saber-Two-Simons hat. Der will nicht. Es wäre schön gewesen, aber ist nicht. Vor allem, wie die Effizienz halt auch einfach runtergeht, ne? Ja, das ist halt witzlos. Nee, Kumpel. Hä? Ach so. Boah. Ich dachte grad, da kommt noch einer, aber das war deiner auf der Schulter. Und das ist ja auch dein Ich, die Jornis. Aber grad von der Seite sah das so ein bisschen komisch aus. Nee. Also der hat hier gar nicht die Hitbox. Glückwunsch. Ja, wie gesagt, du musst halt so lange drum rum, weil er hat schon die, er hat schon die Box, die ist aber ultra beschissen zu erreichen, das kann ich jetzt schon sagen. Da vorne einmal geführt hat. Du musst aus der First Person, also Third Person kannst du gleich vergessen. Ich hatte ihn gerade. Nee. Nee, aber ich hatte gerade die Third Person und es ging trotzdem und da vorne auch. 27 Prozent. Hm. Hm. Der Rex ist übrigens fertig. Oh. Schön. Ach Mann. Nee, komm. Wir lassen das. Wir lassen das. Mit dem. Mit dem kleinen Scheißer hier. Wir holen uns irgendwann anderen. Gehen Sie mal weg hier. Ich geh weg. Ups. Das ist ja deprimierend. Hat er davon. Ja, also ne, der hätte mal ein bisschen, bisschen. Der hätte mal mitarbeiten können. Ja, ist halt echt so. Naja, was hängt denn hier? Ach so, da hängt nicht rein. 3,134 Damage, das ist halt echt. Schon wieder ein Unfall? Deprimiert. Einmal Mülltonne, bitte. Bringst du den oben? Nein, ich nehme den mit. Wir haben erstmal ein Männchen. Ja, eben. Da können die Mädels zu Hause mal ein bisschen ein paar Eier legen, dass wir mal nicht unbedingt nur die Jutie-Eier für Kippel nehmen. Ja, genau, sondern ein paar Rix-Eier. Eier ist immerhin etwas, ne? Besser als nichts. Aber ja, dann machen wir uns erstmal auf den Weg nach Hause, ihr Lieben. Also, ich sag mal so, die Zem-Jagd war gar nicht so schlecht. Das Einzige, was uns jetzt von unserer tollen Liste hier noch fehlt, ist ein Pegomastax-Weibchen. Aber das finden wir sicherlich auch ein anderes Mal. Ja, der springt uns irgendwann mal an. Ja, genau, das springt uns an. Und dann zähmen wir es einfach, dann müssen wir immer Zeugs mithaben. Also, wenn man unterwegs ist, einfach ein paar Kippel oder keine Ahnung, was wir dann da reinkloppen. Ja, aber weißt du, was ich festgestellt habe? Was denn? Dass wir diesmal der ARC-Logik getrotzt haben. Denn immer wenn wir sagen, wir suchen Tier XYZ, dann findet man das halt nicht. Du darfst ARC ja nie sagen, was du suchst, weil dann findest du das sowieso nicht. Das stimmt. Aber wir haben so viele Tiere jetzt gesucht und alle gefunden. Ja, und vor allen Dingen, weil wir ja auch mit der Erwartungshaltung rangegangen sind, um keine High-Level-Tiere zu haben. Und dann waren trotzdem ein paar höhere bei. Ja, aber du findest ja sonst halt nicht mal überhaupt ein Tier oder so. Aber es war vielleicht auch ein bisschen einfach, muss ich sagen. Jetzt einfach mit den Strandtieren. Jetzt mach's nicht zunichte. Nein, nein, will ich nicht. Weil ich find, es lief wirklich gut. Das mit dem Hesperornes war jetzt leider ein bisschen schade, dass der sich so anstellt beim Zähmen. Aber auch den kriegen wir noch. Machen wir uns mal nix vor. Hesperornes ist irgendwann auch am Start. Ja, aua hallo. Aber ihr Lieben, dann machen wir für heute mal Feierabend. Der Mario ist hier draußen unterwegs, packt den Rex schon aus. Ja, damit die Mädels schon mal jetzt ein bisschen Mildboost haben und dann mehr Eier produzieren. Genau. Dann sortieren wir jetzt die Tiere weg. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode. Mal schauen, was wir dann machen. Ob es weiter mit Zähmen geht oder uns was anderes Schönes einfällt. Ich glaub, wir machen da mal eine Ölentwo oder so. Ja, das ist glaub ich auch eine ganz gute Sache. Bauen wir auch mal wieder eine Sache. Da stimmt. Ja, dann gucken wir einfach mal. Lassen wir das auf uns zukommen. Vielen Dank auf jeden Fall an euch fürs Reinschauen und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüssi.